Wasserrecht ganz praktisch angewandt. Oder warum ist es wichtig zu wissen, liegt ein öffentliches oder ein privates Gewässer vor? Damit wollen wir uns in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhobe & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Das Wasserrechtsgesetz definiert in seinen Paragrafen 2 und 3 die Gewässer als entweder öffentliches Gewässer oder als privates Gewässer. Dass diese Unterscheidung wichtig ist, zeigt ein Fall, der im Mai 2022 sogar den Verwaltungsgerichtshof beschäftigt hat. Um was ging es? Auf der Alten Donau wurde eine Veranstaltung durchgeführt. Die Veranstaltung hätte nach dem Schifffahrtsgesetz angemeldet werden sollen. Nein, wurde sie nicht. Daher war ein Straftatbestand nach dem Schifffahrtsgesetz erfüllt. Der Veranstalter wurde bestraft, hat das bekämpft durch alle Instanzen bis zum Verwaltungsgerichtshof. So weit, so gut. Das Schifffahrtsgesetz ist allerdings nur dann anwendbar, wenn der Sachverhalt in einem Zusammenhang mit einem öffentlichen Gewässer steht. Das heißt, es war die Frage zu lösen, was ist denn die Alte Donau, ein öffentliches oder ein Privatgewässer? Wenn es ein öffentliches Gewässer ist, dann wurde der Veranstalter wohl zu Recht bestraft. Wenn es denn ein privates Gewässer ist, dann wurde die Strafe zu Unrecht ausgesprochen. Öffentliche Gewässer sind nun all jene, die als öffentliches Gewässer erklärt wurden, beziehungsweise in der Anlage A zum Wasserrechtsgesetz erwähnt sind. Die Alte Donau ist dort nicht erwähnt. Alles andere vereinfacht ausgedrückt sind Privatgewässer. Das heißt, alle Gewässer, die durch Niederschlag oder durch Quellen oder durch das Grundwasser gespeist werden und auch Seen, die nicht von öffentlichen Gewässern gespeist oder durchflossen werden. Die Alte Donau ist seinerzeit mit der Donauregulierung komplett vom Hauptstrom getrennt worden, ist demzufolge als eigenständiges Gewässer zu beurteilen. Die Alte Donau ist zudem ausschließlich vom Grundwasser gespeist. Das heißt, sie ist ein privates Gewässer, sie kann kein öffentliches Gewässer mehr sein. Der Verwaltungsgerichtshof geht noch einen Schritt weiter und sagt, die Alte Donau ist ein See. Daraus folgt für den konkreten Anwendungsfall, dass wohl die Strafe zu Unrecht ausgesprochen wurde, weil die Strafe auf ein Gesetz gestützt war, das für Privatgewässer und erst recht für Seen nicht gilt. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass wir jetzt alle wissen, dass die Alte Donau kein Fluss ist, sondern eigentlich ein See. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!